Hallo, liebe Leute, hier ist Andreas. Heute üben wir den zweiten Teil von Deutsch A1 Sprechen. Der ist auch sehr wichtig. Man muss um Informationen bitten und Informationen geben. Wir fangen an mit den zwölf Beispielen des Goethe-Instituts. Und achtet auch immer auf das Thema bei den Karten. Das erste Thema, Essen und Trinken. Das Wort ist Frühstück. Was essen Sie gern zum Frühstück? Am liebsten esse ich Croissants zum Frühstück. Leider nicht sehr gesund. Oder wie sieht Ihr Frühstück aus? Ich esse meistens einen Sandwich und trinke eine Tasse Kaffee. Es geht weiter mit Lieblingsessen. Was essen Sie am liebsten? Oder was ist Ihr Lieblingsessen? Am liebsten esse ich Pizza. Oder ich liebe Sushi und esse es sehr oft. Man könnte auch sagen, am liebsten esse ich Japanisch. Nächstes Wort, Sonntag. Thema Essen und Trinken. Wir fragen also nicht, was machen Sie am Sonntag? Nein, wir fragen, was essen Sie oft am Sonntag? Und eine Antwort könnte sein, am Sonntag gehe ich gern in ein Restaurant. Oder wenn das Wetter schön ist, grille ich gern am Sonntag. Bier. Trinken Sie gern Bier? Nein, ich trinke nie Alkohol. Oder wie oft in der Woche trinken Sie Bier? Ich trinke vielleicht einmal pro Woche ein kleines Bier. Wir machen weiter mit Kasse. Jetzt sind wir im Supermarkt. Thema Einkaufen. Wo ist hier bitte die Kasse? Die Kasse ist gleich dort hinten. Beim Ausgang. Zeitung. Thema Einkaufen. Wir fragen also nicht, lesen Sie gern Zeitung? Nein, wir fragen, wo kann man hier Zeitungen kaufen? Und man kann antworten, dort beim Kiosk gibt es viele Zeitungen. Oder am Kiosk kann man Zeitungen kaufen. Brot. Essen Sie gern Brot? Ja, ich liebe Brot und esse es fast täglich. Oder welches Brot essen Sie am liebsten? Am liebsten esse ich Schwarzbrot. Fleisch. Essen Sie gern Fleisch? Nein, ich esse nie Fleisch. Ich bin Vegetarier. Oder wie oft pro Woche essen Sie Fleisch? Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Nächstes Wort, Obst. Wo kann man hier Obst kaufen? Sie können im Supermarkt Obst kaufen. Schuhe. Wo kann ich hier Schuhe kaufen? Sie gehen am besten ins Einkaufszentrum. Dort gibt es viele Schuhgeschäfte. Oder kürzer, im Einkaufszentrum können Sie Schuhe kaufen. Buch. Wo kann ich hier Bücher kaufen? Oder gibt es hier in der Nähe eine Buchhandlung? Antwort. Es gibt hier leider keine Buchhandlung. Oder Sie könnten ins Einkaufszentrum gehen. Dort gibt es zwei Buchhandlungen. Stadtplan. Wo kann ich einen Stadtplan kaufen? Am Bahnhof gibt es gratis Stadtpläne. Die kosten nichts. Oder die Buchhandlung hat Stadtpläne im Angebot. Oder Sie können in der Buchhandlung einen Stadtplan kaufen. Und jetzt kennt ihr alle Beispiele des Goethe-Instituts. Hier sind noch mehr Beispiele. Die habe ich vorbereitet. Thema Reisen. Das Wort ist Urlaub. Wo machen Sie am liebsten Urlaub? Ich mache am liebsten am Meer Urlaub. Oder ich fahre am liebsten ans Meer. Wie oft machen Sie Urlaub? Ich mache einmal im Jahr Urlaub. Im Sommer. Nächstes Wort. Sport. Machen Sie oft Sport? Oder treiben Sie gern Sport? Ich bin nicht sehr sportlich. Manchmal gehe ich joggen. Oder Ich mache sehr viel Sport und gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Tee. Trinken Sie gern Tee? Oder welchen Tee trinken Sie am liebsten? Ich trinke eigentlich nur selten Tee. Ich mag Kaffee lieber. Oder Ich trinke am liebsten grünen Tee. Kleidung. Wo kaufen Sie am liebsten Kleidung? Ich kaufe meine Kleidung am liebsten im Einkaufszentrum. Dort gibt es viele Geschäfte. Oder Ich kaufe meine Kleidung am liebsten online. Da muss man sich nicht anstellen. Internet. Benutzen Sie in Ihrer Freizeit oft Internet? Ja, ich benutze das Internet oft, um Musik zu hören und Filme anzusehen. Oder Ich bin in meiner Freizeit lieber in der Natur. Oder lese ein Buch. Weiter geht's mit Lieblingsgetränk. Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Oder Was trinken Sie am liebsten? Ich trinke am liebsten Mineralwasser mit einer Scheibe Zitrone. Oder Ich trinke am liebsten Apfelsaft. Lieblingsbuch. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Oder Haben Sie ein Lieblingsbuch? Ja, mein Lieblingsbuch ist Der Herr der Ringe. Oder Ich habe kein Lieblingsbuch. Ich lese lieber Zeitschriften. Weiter geht's mit Zug. Thema Verkehr. Fahren Sie oft mit dem Zug? Ja, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Oder Nein, ich fahre öfter mit dem Auto. Gemüse. Essen Sie gern Gemüse? Ja, ich esse am liebsten Brokkoli und Mais. Oder Nein, ich esse lieber Fleisch. Meer. Thema Reisen. Sind Sie gern am Meer? Ja, ich verbringe meine Urlaube sehr gern am Meer. Ich liebe den Strand. Oder Nein, ich bin lieber in den Bergen. Ich liebe das Wandern. Lieblingslied. Haben Sie ein Lieblingslied? Oder Was ist Ihr Lieblingslied? Mein Lieblingslied ist Bohemian Rhapsody von Queen. Oder Ich habe kein bestimmtes Lieblingslied. Kino. Gehen Sie oft ins Kino? Oder Gehen Sie gern ins Kino? Ich gehe nie ins Kino. Ich bleibe lieber zu Hause, um Filme zu sehen. Oder Ich gehe sehr gern mit Freunden ins Kino. Das waren nun alle Beispiele. Ganz, ganz wichtig, achtet auf das Thema. Denn ein Wort kann verschiedene Themen haben. Und je nach Thema müsst ihr unterschiedlich fragen und auch antworten. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir bitte in den Kommentaren. Ich wünsche euch alles Gute für die Prüfung und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.